Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und das hier ist ein Video zu einer 30-Tage-Foto-Challenge. So, wir sind kurz vor Ende. Tag 28, nächste Aufgabe. Viel Gips nicht mehr zu ziehen. Sata. Heute ist es... Thailand. What the fuck? Okay, ich bin mal gespannt, wie ich das umsetzen kann. Hm, ich muss mir dazu Gedanken machen. Heute ist ja Tag 28 und Challenge ist ja Thailand. Da habe ich mir überlegt, okay, ich kann jetzt nicht einfach nach Thailand fliegen und ich will das ein bisschen anders umsetzen als die letzten Male. Also werde ich heute, habe ich geguckt, was gibt es an thailändischen Restaurants, habe ich das hier gefunden. Da steht Little Bangkok. Bangkok ist ja quasi, ist ja, das ist ja eine thailändische Stadt. Also werde ich jetzt hier probieren, irgendwie damit ein Foto zu machen. Das ist meine Challenge, meine Interpretation von dem Tag, von der Challenge 28, Little, äh, von der Challenge Thailand. Also, das Restaurant fotografiere ich jetzt hier erstmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.